Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Weiter geht es, hier der Erzmagier wartet Der muss unterrichtet werden, ich bin der Kurierbote B, der ist da oben, in seinen Gemächern, natürlich Ladezeit ist nervig, besonders wenn da kein Ton dabei ist Ladezeit ohne Ton ist noch blöder Hallöchen Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern Äh, nein Ich verstehe Ich hoffe, es gibt von Tolf dir noch eine genauere Erläuterung Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt Tolf dir kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss Solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen Natürlich Sprecht mit Urak im Arkanaeum Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt Und? Gute Arbeit Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen Äh, was? Ah, Magierlicht Also gut Ran an die Bücher Das hört sich ja schon komisch an Ach ja, und Soundcheck Ah Und nochmal Ah So, es hat funktioniert das Soundcheck Ich gehe also ins Arkanaeum Und schon wieder der Ladezeit Und weiter rein Und weiter rein Urak, wo bist du? Da Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist Verstanden? Ich weiß, was ihr wollt Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell Hab wohl ein großes Rätsel entdeckt, was? Nun, ihr müsst nicht mal fragen Nein, ich habe nichts für euch Nein, ich habe nichts für euch Nicht mehr jedenfalls Ich sagte, nicht mehr Orthon stahl einige Bücher, als es zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen Es war eine Art Friedensangebot Okay Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orthon reden müssen Okay Nicht genug, um etwas dagegen zu tun Erzmagier Ahren vertraut darauf, dass derartige Dinge sich von selbst bereinigen Das tun sie natürlich nicht Mir scheint jedoch, dass ihr euch nun um das Bereinigen kümmert Viel Glück Er war ein Lehrling hier an der Akademie Nicht besonders geschickt, aber er schloss sich einer Gruppe Magier an, die Gefallen an ihm fanden Als sie gingen, folgte er ihnen Er stahl einige Vorräte und Bücher der Akademie Vermutlich, um sich einzuschmeicheln Okay Nennen wir es einfach eine Meinungsverschiedenheit mit der Akademie Sie interessierten sich für Forschung, die die Grenzen dessen überschritt, was an der Akademie erlaubt ist Also wurden sie gebeten zu gehen Ja, sie wurden rausgeworfen Mhm Mhm Also los Was willst du denn? In Saartal, nicht wahr? Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden worden ist Dessen bin ich mir bewusst Teufdier befindet sich immer noch in Saartal, nicht wahr? Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm Es ist meine Aufgabe, über diese Dinge Bescheid zu wissen Okay, und woher? Es kommt meiner Funktion als Berater des Erzmagiers zugute Alles zu wissen, was hier vor sich geht Danke für eure Hilfe Ihr dürft jetzt gehen Komischer Typ Was? Gibt es hier irgendwo eine Treppe nach oben? Hm? Untertitelung des ZDF, 2020 Das brauche ich jetzt nicht Ah ja, da Wo gehe ich da am besten hin? Am besten über den... Schürspitze Einen Drachen mal wiederholen Amen 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 Oh, Drache. Was mache ich jetzt mit dir? Und was bist du überhaupt für einer? Äh, ja, so einer bist du. Was? Wieso? Was soll denn das? Wie viel war der wert? Oh, 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 oh. Jede Menge. Äh, 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 äh. Reisen, 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 reisen. Reisen. Also hier muss ich hin Ist hier jemand? Ja genau Feuer ist nach Haha Ich hab ja ein gutes Schild Jetzt stirb So Weg ist er Ah ein Geldbeutel Ah Marika wieder herstellen War das Wo bin ich hier eigentlich? Egal Egal Ich würde sagen Ich mach hier jetzt einen Cut Und Bis zum nächsten Part Abute Ja Die 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 Vielen Dank.